Schon seit Tagen geht der morgendliche Blick vom Beobachtungsturm des Engerbruchs zunächst in Richtung Storchennest und Wiese. Heute, am 20. Februar, dann erstmals zwei weiße Punkte auf dem gut 800 Meter entfernten Nest, also schnell in Richtung Gewerbegebiet. Die Ernüchterung folgt sogleich. Beide Störche sind unberingend, es handelt sich also nicht um unser Buchpaar. Nach kurzer Beobachtungszeit fliegen beide in Richtung Süden ab. Bei einer Kontrolle am Vormittag des 3. März konnte noch kein Storch festgestellt werden. Nachmittags um 15.05 Uhr flog dann aus Richtung der Sprengerstraße ein Vogel ein und landete direkt auf dem Nest. Aus der Entfernung war zu sehen, dass er links beringend war. Es könnte sich also um unser Männchen der beiden letzten Jahre handeln. Erhärtet wurde die Annahme dadurch, dass sofort mit der Nestreinigung begonnen wurde. Verrottete Pflanzenteile und die Hinterlassenschaften der letztjährigen Nachmieter wurden in hohem Bogen über Bord geworfen. Auf dem Kameramonitor ließ sich die Ringnummer nur vage erahnen. Doch zu Hause zeigte sich nach starker Vergrößerung, dass es sich tatsächlich um unseren Storchenmann handelt. Bei besserem Licht und geringerer Entfernung ist zwei Tage später eine bessere Ringablesung möglich. Auf der Wiese vor dem Nest sammelt das Männchen intensiv Regenwürmer, die nach dem häufigen Regen der letzten Tage einfach zu erbeuten sind. Auf dem Nest wird intensiv Gefiederpflege betrieben und weiter aufgeräumt. Schließlich soll die Wohnung bei Ankunft des Weibchens einladend wirken. Am 9. März hat das Warten ein Ende. Am Nachmittag war zunächst nur das Männchen zu beobachten, dann nach einem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit stand ein zweiter Vogel auf dem Nest. Es handelt sich tatsächlich um das Weibchen der letzten Jahre. Gemeinsam gehen beide dann erfolgreich auf Nahrungssuche. Zunächst wechselte das Männchen die Wiese und kurz darauf folgt sie, hält aber auf dem trennenden Zaun eine kurze Ruhepause. Mitte März haben sich durch anhaltende Regentage auch in der Nähe der Nisthilfe große Blenken gebildet. Bisher im Buch nicht festgestellte Ansammlungen von Nilgänsen, teilweise über 30 Exemplare, mehr als 25 Kanadagänse und verschiedene Entenarten, wie die hier zu sehenden Spießenten und Löffelenten, bevölkern neben den üblichen Arten das Gebiet. Schon seit einigen Tagen liegt eine verendete Gans in der Blenke. Mit ablaufendem Wasser zieht sich der ortsansätzige Mäusebussard den Kadaver ins Trockene und hat einige ausgiebige Mahlzeiten. In der Natur geht nichts verloren. Trotz des nicht einladenden Wetters bauen unsere Störche weiter fleißig am Nest. Wie schon in den beiden letzten Jahren übernimmt das Männchen den Hauptanteil beim Sammeln und Eintragen des Mistmaterials. Das Weibchen hilft aber beim Verbau der Material hier. Neben der gegenseitigen Gefiederpflege finden regelmäßig Kopulationen statt. Ende März ist festzustellen, dass sich die Störche bei uns offensichtlich wieder wohl fühlen. Das Weibchen nutzt gelegentlich den Hochspannungsmast an der Spedition für Ruhepausen und zur Gefiederpflege. Bei der allgemeinen Vogelbeobachtung vom Turm des enger Berufs aus, fiel mir auf, dass ein Storch den auf dem Nest stehenden attackierte. Es handelte sich um einen dritten Vogel, der schon mehrfach im Gebiet beobachtet werden konnte. Sofort stieg unser zweiter Storch von der Wiese auf und gemeinsam mit dem Partner wurde der Fremdling vertrieben. Eine Eiablage wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wann diese erfolgt ist, kann nur grob geschätzt werden, zumal ich Anfang April für eine Woche zur Vogelfotografie auf Norddeutschlands nördlichster Insel verbrachte. Nach der Rückkehr war das Nest durchgehend von einem Vogel besetzt, die Brut hat also begonnen. Weiterhin wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt. Auffällig war, dass der zweite Vogel meist auf Futtersuche auf den nestnahen Wiesen festgestellt werden konnte. Also nicht viel Aufregendes für den Beobachter. Dagegen wurde es im ostwärtigen und mittleren Bereich des Berufs jetzt hochinteressant. Die Dorngrasmücken warben mit ihrem Gesang um einen Partner, die Rohrammer war wohl schon weiter und sammelte Nistmaterial. Ebenso verhielten sich die Goldammern. Ab dem 20. April erfolgte ein größerer Einflug der Braunkirche. Diese kleinen Vögel stellen schon hohe Ansprüche an den Fotografen. Etwa zur gleichen Zeit ließen sich für einige Tage mehr als 25 Kampfläufer auf der Kranichwiese nieder und stärkten sich für den Weiterflug in ihre Bootgebiete. Ebenso konnten auffällig viele Bruchwasserläufer festgestellt werden, meist in Gemeinschaft mit den Kampfläufern. Die Anzahl der Jungvögel bei den Wasservögeln konnte ebenfalls begeistern. Begonnen haben die Blesshühner mit den pankerartigen Küken. Weiter ging es mit den Graugänsen, die trotz Zerstörungen durch das brütende Schwanenpaar Junge auf das Wasser brachten. Ebenso war es bei den Stockenten und den Kanadagänsen im westlichen Bruchbereich. Der Höhepunkt war die Beobachtung dreier Kraniche, die die Nacht vom 20. auf den 21. April auf der Kranichwiese verbracht hatten. Im Morgennebel und bei großer Entfernung zunächst nur schemenhaft zu sehen. Nach Abzug des Nebels hatten dann viele Beobachter das Glück, die Vögel vom Bruchweg aus auf der Kranichwiese zu beobachten. Nun verdient diese Wiese ihren Namen. Obwohl die Brutzeit in der zweiten Maiwoche wohl enden dürfte, wird am Nest weiter gebaut. Am Nachmittag des 10. Mai zunächst das gleiche Bild wie in den Vortagen. Doch dann gegen 16.45 Uhr ist ein kleiner Schnabel unter dem im Nest stochernden Männchen zu sehen. Der Schlupf des Jungen kann schon am 7. oder 8. Mai erfolgt sein. In den ersten Tagen schauen die Jungen in der inzwischen tiefen Nestmulde kaum hervor. In den nächsten zwei Tagen kann bei der Brutablösung und den weiteren Nestaktivitäten der Altvögel zwar ansatzweise ein zweites Junges gesichtet werden, fotografiert werden konnte allerdings nur ein Köpfchen. Dann am 14. Mai in den frühen Morgenstunden die Sicherheit. Mindestens zwei Junge sind geschlüpft. Zwei Tage später zeigte sich auch das dritte Junge für einen kurzen Augenblick. Leider reichte es nur für einen Bildausschnitt aus einem Video. Im Morgennebel des 20. Mai ist zunächst nur das fest auf dem Nest sitzende Männchen wahrzunehmen. Später bei der Ablösung durch das Weibchen sind drei Junge zu sehen, die inzwischen deutlich an Größe zugelegt haben. Beim Wachsen kann man fast zuschauen. Einige Tage später ist wieder ein kräftiger Schub zu verzeichnen. Wie tief die Nestmulde ist, kann man hier gut erkennen. Die Jungen sind praktisch nicht zu sehen und das, obwohl sie inzwischen beachtlich gewachsen sind. Sauberkeit im Nest ist wichtig. So begeben sich die Jungen im Rückwärtsgang an den Nestrand und setzen den Kot über den Rand ab. Zur Stärkung der Muskulatur werden nun häufiger Ruderbewegungen ausgeführt. Die Versorgung durch die Eltern läuft einwandfrei und die Jungen gedeihen hervorragend. Weiterhin wird am Nest gebaut, vorwiegend wird Heu zur Auspolsterung herbeigeschafft. Mitte Juni werden im Randbereich des Engerbruchs die ersten Wiesen gemäht und bescheren den Störchen zusätzliche Nahrung durch aufgescheuchte und verletzte Mäuse. Der zunehmenden Hitze treten die Altvögel entgegen, indem sie ihre Beine mit Kot bespritzen und sich so Kühlung verschaffen. Die verdunstende Feuchtigkeit entzieht dem Körper zumindest etwas Wärme. Fütterungs- und Nestbauaktivitäten scheinen aber nicht eingeschränkt zu sein. Den Jungen ist die Hitze kaum anzumerken. Bisher ist die Brut und Aufzucht bei den Störchen im Engerbruch reibungslos verlaufen. So sieht es auch am 26. Juni um 6 Uhr morgens aus. 25 Minuten später kommt der Storchenvater mit einem Bündel Heu der gestern gemähten Wiese auf das Nest geflogen und legt das Material zur Auspolsterung der Nestmulde ab. Natürlich hat er nicht nur Heu mitgebracht, derzeit sind die Mäuse auf der Wiese einfach zu erbeuten und bieten eine Kraftnahrung für die Jungen. 2 Minuten hält der Altvogel sich auf dem Nest auf, um dann abzufliegen und auf der angrenzenden Wiese weiter Beute zu machen. Es dauert nur eine gute Stunde und der Vater kommt wieder mit Nachschub angeflogen. Diesmal mit weniger Heu, aber einen zusätzlichen alten Lappen und natürlich wieder mit Mäusen. Die Nahrung wird im Nest abgelegt. Gehört den Jungen das zu lange, versuchen sie direkt am Schnabel des Altvogels an das Futter zu gelangen. Auch das Weibchen ist nicht untätig und bringt eine Weile später das Frühstück. Gegen 11 Uhr erhalte ich dann einen Anruf eines Beobachters, der in der Nähe des Nestes wohnt. Ein Storch hängt in der Hochspannungsleitung. 5 Minuten später bin ich vor Ort. Es bietet sich ein Bild des Grauens. Unser Storchenmännchen hängt tot zwischen den Isolatoren am Mastausleger und das Weibchen sitzt oben auf der Mastspitze. Abwechselnd klappert es, schaut zum Männchen herab und zeigt das typische Übersprungsverhalten, das sich hier durch intensive Gefiederpflege äußert. Bei einem Anruf beim Energieversorger wird mir zugesichert, schnell jemanden zu schicken, der sich die Situation anschaut, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ebenso werden die biologische Station Ravensberg und einige Privatpersonen unterrichtet. Die große Sorge ist, wann erfasst das Weibchen die Situation und verlässt den Mast, um Nahrung für die Jungen zu suchen. Gegen 18.30 Uhr kann ich die Storchenmutter auf der Wiese bei der Nahrungssammlung beobachten. Nach 19.00 Uhr und dann später um 22.20 Uhr fliegt sie auf das Nest und bringt den Jungen Futter. Am nächsten Morgen sitzt das Weibchen um 6 Uhr wieder auf dem Mast, diesmal in unmittelbarer Nähe des Männchens. Eine Stunde später fliegt es ab, sammelt Nahrung und bringt diese auf das Nest. Gegen 9.30 Uhr kommt dann ein Kranwagen und ein Mitarbeiter des Energieversorgers holt den Toten Storch aus der Leitung. Im Laufe des Tages ist mehrfach zu beobachten, dass das Weibchen recht erfolgreich auf der Wiese jagt und die Nahrung übergibt. Die Jungen machen einen vitalen Eindruck und stärken ihre Flugmuskulatur durch Sprungübungen auf dem Nest. Noch gibt die Wiese ausreichend Nahrung her und es scheint so, dass die Versorgung der Jungen durch die Mutter allein ausreichend ist. Am 28. Juni vormittags finden wieder Fütterungen statt. Zumindest gegen 9 Uhr hat das Weibchen nicht auf den anliegenden Wiesen gejagt, es flog aus Richtung Westen ein. In den Folgetagen nimmt die Trockenheit zu und das Weibchen sucht die Nahrung nicht mehr in Nestnähe. Ein Versuch, sie bei der Beschaffung zu unterstützen und vor dem Nistplatz Ersatznahrung auszulegen, scheitert. Nutznießer sind die Krähen. Das Weibchen sieht sich zwar den gendeckten Tisch an, doch es bedient sich nicht. Nach 14 Tagen regelmäßiger Darbeidung wird sie erfolglos abgebrochen. Anfang Juli sind die ersten Flug- oder besser Sprungversuche festzustellen. Recht aktiv wechseln sich die Jungen bei ihren Übungen ab. Es ist schon erstaunlich wie die Mutter trotz weiträumiger Futtersuche die Versorgung der Jungen zuverlässig durchführt. Man hat den Eindruck, als wären diese keineswegs auf Sparflamme gesetzt. Am 6. Juli steigen zumindest die beiden älteren Jungvögel schon bis fast 2 Meter über die Nestmulde auf. Der Jüngste schaut noch neidisch zu, doch unterernährt scheint auch er nicht zu sein. Nach einem kurzen, aber kräftigen Regenschauer machten die lustlos auf dem Nest stehenden Jungen einen recht jämmerlichen Eindruck. Die Storchenmutter legte nun des öfteren eine Ruhepause von etwa einer halben Stunde auf der Wiese an der Nisthilfe ein, wohl auch mit der Absicht die Jungen vom Nest zu locken. Nach wie vor flog sie aber auch den nahestehenden Hochspannungsmast an und saß in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem das Männchen zu Tode kam. Am 7. Juli war es dann soweit. Die beiden älteren Jungen starteten zum Jungfernflug. Nummer 3 konnte sich noch nicht entscheiden, das Nest zu verlassen. Er wartete mehr oder weniger geduldig auf die Rückkehr der Geschwister. Zunächst kehrte ein Junge zurück, danach flog die Mutter auf das Nest und forderte den noch fliegenden zweiten Jungvogel durch Klappern auf, ebenfalls zu landen. Geschafft! Und gleich geht es wieder weiter auf Nahrungssuche. Am Morgen des 9. Juli standen noch alle drei Jungen auf dem Nest und machten nur wenig Anstalten, dieses zu verlassen. Wie immer wurde das Futterjahrfreihaus geliefert. Dann in der Mittagszeit standen alle drei auf der Wiese vor dem Nest und schienen auch schon Käfer, Regenwürmer und sogar eine Maus zu erbeuten. Es ist also davon auszugehen, dass die tragische Situation durch den Tod des Männchens doch noch ein glückliches Ende nimmt. Jetzt heißt es, noch genug Energiereserven aufzubauen, um einen erfolgreichen Zug in das Überwinterungsgebiet zu überstehen. Schon des Öfteren war im Gebiet ein Fremdstorch zu beobachten, der sich sehr interessiert an unseren Störchen zeigte. Das Weibchen hielt ihn aber durch Drohgebärden vom Nest und den Jungen fern. Unermüdlich sammelte die Mutter Nahrung für die Jungen, die weiterhin auf dem Nest gefüttert wurden, obwohl sie schon selbstständig Futter suchten. Sie hielten sich noch viel dort auf, zeigten sich aber etwas scheu, wenn Spaziergänger daran vorbeigingen oder davor stehen blieben. Als Ansitz diente der Hochspannungsmast am Umspannberg, für den Beobachter immer ein etwas ungutes Gefühl. Hauptruheplatz war aber immer noch das Nest, das regelmäßig angeflogen wurde. Am 18. Juli war es dann soweit. Alle drei Jungstörche saßen auf dem Bruchspannungsmast und beobachteten einige hoch über dem Gebiet kreisenden Störche. Nach einer Weile erhoben sie sich, drehten einige Runden, schraubten sich höher und schlossen sich den anderen Störchen an. Die Mutter versuchte durch Klappern die Jungen zurückzulocken, vergeblich. Das waren die letzten Aufnahmen unserer Jungstörche. Viel Erfolg beim Flug ins Überwinterungsgebiet. Nach der anstrengenden Arbeit der Mutter als Alleinversorger der Jungen, hat sie nun mehr Zeit für sich selbst, was sich durch intensive Gefiederpflege und längere Ruhepausen auf dem Nest zeigt. Weiterhin nutzte die Störchen das Nest zur Übernachtung, flog aber meist erst kurz vor Sonnenuntergang ein. Tagsüber war sie sehr oft um die Mittagszeit auf dem Bruchspannungsmast anzutreffen. Es gehört dazu unsere Störche zumindest einmal im Jahr bei Vollmond zu besuchen. Allerdings spielten im August Mond und Wolken nicht so mit wie man es sich wünscht. Aber auch solche Augenblicke haben ihren Reiz. Der bereits erwähnte Fremdstorch wird inzwischen von unserem Weibchen nicht mehr abgewiesen. Er darf sogar mit ihr auf dem Nest übernachten. Am 28. August reichte das Fotolicht noch aus, um die Situation festzuhalten. Einen Tag später, gegen 20.45 Uhr, stand er wieder neben dem sitzenden Weibchen auf dem Nest. Wie sich in den Folgetagen herausstellte, war das die letzte Sichtung unseres Storches in diesem Jahr. Trotz der traurigen Tatsache, dass unser Storchenmännchen tödlich verunglückt ist, kann gesagt werden, dass die Saison doch noch versöhnlich abgelaufen ist. Immerhin sind dank des unermüdlichen Einsatzes des Weibchens alle drei Jungvögel Flügel geworden. Schauen wir uns einmal die Brutdaten der bisher drei Jahre vergleichend an. Die Ankunft der Vögel im Bruch hat sich vom 21. auf den 9. März vorverlagert. So sieht es dann auch mit dem Schlupf aus, der in diesem Jahr schon 15 Tage eher erfolgte als 2017. Erfreulich sind die Aufzuchtzahlen. Während sie im Storchenkreis Minden-Lübeck in diesem Jahr bei 1,9 Jungen pro Paar lag, können wir im 3-Jahres-Schnitt mit 2,6 Jungen aufwarten. Die in der Literatur angegebene Zeit vom Schlupf bis zum ersten Verlassen des Nestes von 58 bis 64 Tagen wurde nur in diesem Jahr eingehalten. In den beiden Vorjahren lag sie darüber. Erhebliche Unterschiede zeigen sich im Datum des Verlassens der Jungen aus dem Engerbruch. Der frühe Termin in diesem Jahr hängt sicherlich mit den Klimabedingungen zusammen. Er lag gut einen Monat früher als in 2017. Obwohl in 2018 die Altvögel schon 5 Tage nach den Jungen verschwannen, zog unser Weibchen in diesem Jahr erst 42 Tage nach den Jungen ab. Eventuell auch dadurch bedingt, dass es sich nach der anstrengenden Alleinarbeit der Jungen auf Zucht erholen und sich Energiereserven anfuttern musste. Spannend für das nächste Jahr bleibt, ob der Storch, wohl mit Sicherheit ein Männchen, der sich mit unserem Weibchen angefreundet hat, zu uns zurückkehrt. Und dann mit dem hoffentlich ebenfalls eintreffenden Weibchen für eine Fortsetzung erfolgreicher Storchenguten im Engerbruch sorgt. Doktor ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020